hallo und herzlich willkommen zu einer neuen aufnahme session hinterm horizont mit unserer jasmin die hier so schön im bild seht gesteuert von unserem philip hallo philip hallöchen ja eine lange woche liegt hinter uns man kann ich sagen eine eine tolle woche aber wir wollen uns jetzt zum wochenende hin noch mal drei tolle stunden machen ein bisschen ablenken und ein bisschen im spiel weiterkommen wir haben eben gerade noch mal kurz besprochen wie wir was jetzt machen wir haben viele infos über die kommentare gekriegt spannend informativ ja und irgendwie sind wir trotzdem heute lost in space oder ja auf jeden fall das waren sehr viele infos und ich glaube die hälfte schon wieder rausgewandelt ja so geht es mir auch gerade ich habe sie gerade noch mal vorgelesen also wir wissen jetzt dass die tiere selbstständig sammeln und die sachen da fallen lassen und kommen dann nach hause zurück wenn sie hungrig sind genau also sie arbeiten so lange bis sie hungrig werden dann ist feierabend ja wir haben uns ja bei der letzten folge beim letzten stream gesagt wir wollen die dorit spitzhacke machen genau damit wieder das andere holz schlagen können dann wurde uns gesagt ja ihr könnt auch mit der stahlachs da die am baum am boden liegenden räume da schlagen das muss mir tatsächlich bereits schon dass die bäume sich von alleine wieder erholen haben wir dann jetzt auch gelesen weil wir hatten beim letzten mal gesagt wir müssen mal gucken wie wird jetzt wieder heilen drei heilungssauber oder sowas hatten wir gesagt gehabt aber wir lassen es jetzt mal darauf ankommen dass sie sich von alleine wieder erholen würde ich jetzt mal so sagen oder willst du gerne das auf jeden fall im auge behalten und wenn sie sich alleine erholen werden wir also wir haben auch schon ein bisschen was gespoilert bekommen was jetzt so demnächst auf uns zukommt ein ratschlag das würde ich jetzt gerne mit hier noch mal besprechen wurde uns gemacht wir sollen den orb der heilung machen das wäre wichtig und was mir wichtig wäre haben wir diesen schreien gemacht weiß ich nicht ganz ehrlich weiß ich ja ich würde da gerne mal nachgucken wollen würden hier geht ja also du machst ja sowieso du machst ja sowieso und von daher bist du auch derjenige der das spielgeschehen bestimmt ist einfach nur meine neugier haben wir diesen mittleren schreien gemacht ich weiß nicht ich würde sagen wir gehen erst mal ins bett ja ich muss wieder gucken doch ich schaffst du gelesen oder ich habe gerade gelesen bei manchen kampf 10 mit maus und tastatur kannst du gut springen auch über die würmer zum beispiel drüber und werde ich jetzt auch denn mal ausprobieren wenn diese feuern essen essen haben wir angriffszinger haben wir buch aber springen sehr schön herausgefunden wo es geht das haben wir tatsächlich noch eingesammelt ja ist schrank keine ahnung wir werden den auf jeden fall erst mal wieder ja genau da vorne hin setzen dazu bin ich zu weit weg das war klar jetzt gleich nehmen die anderen schränke erst mal ob er da stehen bleibt werden wir später entscheiden irgendwann werden wir uns mal mit deko beschäftigt also genau so was haben wir noch das andere lassen wir hier alles würde ich sagen ja das ist dein lieblings hobby ja dass das das was das und natürlich auch die sense kugel war da ja haben wir noch nicht tatsächlich noch nicht nie haben wir noch nicht immer wieder rein warum auch wenn wir die schaufel ich weiß wofür die schaufel war in den schnee wegzuschaufeln für dieses essen genau das heißt die werden auf sicht irgendwann wieder hunger haben wenn alles folge genau das heißt wir werden als allererstes glaubt jetzt so etwas war mit der euro das ist da rein und dann werden wir das ganze mal na nun macht er nicht wieso macht er das nicht genau ich bin bei nee warum und jetzt will ich das mal da das sortiert nee ich muss ja auch sortieren klicken ich bin auch gut ach menno und von der anderen kugel da haben wir schon dreiein erfen warte mal das ist türkis und das ist rot und blau genau genau also wir haben schon drei farben davon so dann würde ich tatsächlich mal sagen wir werden ich werde hier erstmal ein bisschen freischaufeln für manu da ist nix da ist auch nichts mehr weil hier ist irgendjemand verfressen und gleich angewackelt das war wieder klar das wollte wieder nicht das ist mir glaube ich das letzte auch zwei oder drei mal so das pflanzen wir gleich wieder dahin sehr schön jetzt habe ich wieder die schaufel weggelegt das war wieder geistreich muss erst mal reichen wir werden die reif nee da war irgendwas braunes dran wenn sie reif sind ich glaube ich kann mich tatsächlich nicht rein sind also meteore sollten jetzt nicht ständig runterkommen haben wir gerade gelesen das war ja so der schrecken vom letzten aufnahmestream aufnahme nochmal sei gesagt wir nehmen immer am stück drei stunden auf das was quasi bei mir wenn ich normale letztlich mache drei stunden stream sind nehmen wir jetzt ohne chat ohne äußere von außen einfluss nehmen wir hier auf und teilen das dann in wunderbare häppchen für euch und deswegen dauert das auch manchmal ein bisschen wie wir vorankommen gespannt eigentlich müssten wir doch hier unten gar nichts mehr haben oder eigentlich sollte nichts mehr sein es sei denn wir haben tatsächlich was übersehen weil nicht nur sternen kind hatte danach gefragt gehabt sondern auch wenn ich mich recht ins also ich habe gesehen es sind noch nachträglich durch zu vielen folgen noch viele kommentare kommen die wir glaube ich noch gar nicht gelesen haben ja ich lese ich das ding an der sache ist ich krieg die meldung auf dem handy und lese die kommentare meistens sofort was aber auch zur folge hat dass die dann bis wir dann aufnehmen auch schon wieder aus dem kopf raus also ist jetzt nicht so günstig dass ich die mal sofort lese wenn das wir uns wirklich vor dem aufnahmen vor der aufnahme dass wir uns vor der aufnahme immer erstmal besprechen wir was wo machen so das hatten wir hier ist nichts wir machen es mal anders wir gehen mal ein bisschen dichter und gucken mal hier lang da hinten ist noch einer guck da ist noch einer ja den haben wir natürlich nicht gemacht wie es aussieht nicht frage ist ob der verschwindet danach jetzt muss ich mal gucken ob er ja ich glaube schon auf jeden fall gemacht das weiß ich also wir haben die portal fertig gemacht und waren dann auch ganz glücklich das ist wie wir aber als anderes glitschige das ist wir springen ich war das jetzt noch weiter hier wollte ich den kristall haben guck mal der glitzert nicht mehr ich glaube den haben wir gemacht das ist glaube ich der den wir gemacht haben ja er ist gemacht er ist gemacht aber das ist ja nicht der mittlere was ist denn der mittlere das ist eine gute frage geht es da oben noch irgendwie hoch das ist ja das mit dem rätsel und sie haben von ihnen gesprochen ja da ist auch noch eine glaube ich auf einer etage das ist glaube ich etage das ist die andere etage hier das ist die 15 oder so ja da muss man gucken da leuchten auch noch die leuchten warte mal bei dem unter dem die guck mal das noch einer links warte mal jetzt noch ein bisschen rüber schiebst oder die lassen kisten hat schon also wenn jetzt der unten den wir verbrannt haben da leuchten die leuchten nicht mehr oder leuchten doch hier leuchten die leuchten ja das meine ich so und da müssen wir jetzt mal hin das heißt wir müssen nicht glauben etage höher ich gehe mal die tage höher würde ich ja 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 du kannst doch jetzt nicht mit ihm ach so haben wir noch nicht ausgeregt wie man sich mit diesem stein putt teleportiert wo man will er soll es irgendwie noch ein zauber geben damit du dich von sonst teleportieren kannst glaube ich müssen wir mal schauen kriegen wir auch aus und jetzt müssen wir mal genau jetzt das müsste die nein hier sind wir doch schon hier verkehrt nein da oben na mensch noch mal das war nämlich der mit dem rätsel hier die etage so jetzt sind wir glaube ich auf der richtigen etage wir sind gerade hier und dann sind wir hier wieder raus gekommen und dann läufst du normalerweise einmal hier im kreis ja genau okay dann müssen wir noch ein wer würde ich sagen ja das war wieder klar und jetzt mal wieder überlegen das ist wieder markieren so wie war das so so nein die waren das ein wir waren das jetzt hier ach so wie das ist immer setzen ich war in das ah ja ich hab's in der schriftaste so das heißt wir reden jetzt hier einmal im kreis ich bin ja nach oben gegangen wenn du jetzt nach oben gehst kommst du ja nur stückchen weise hoch wir sind ja mit der rutsche runter ja deswegen ja jetzt mal gucken dann hätte ich aber wieder hinlaufen müssen weil ich ja nur nach hause kann mit dem stein hier komme ich nicht durch ich muss unten lang wo ist hier oder da oder da ich muss jetzt mal gucken da glaube ich ja hier sein das lauf 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 ich komme ich nicht drüber schade ich würde gerne mal welche von diesen leuchten einfach mitnehmen aber die kann man leider nicht mitnehmen kann man nur abbauen gibt es eisen doch ich glaube wir brauchen mal wieder ich glaube wir haben letztens verbraucht für das brot oder so da ist die treppe jetzt sind wir schon hier wollen es gelandet ist das wo sind denn jetzt hier wir sind hier gelandet und wo wollten wir jetzt hin hallo wo wir hin wollen moment hier da wollen wir hin das problem ist dass wir nicht wissen welche etage das ist er wird noch eine ganze ecke höhe sein gehe ich von aus nicht mal sicher ob wir den schon genutzt haben wir nicht weil er trotzdem zu sehen ist ja das ist das problem wir sind jetzt gewesen hier wir müssten jetzt lang abkürzung ich würde ich hätte ich würde am anfang gehen würde hier rutsche einmal runter rutschen und dann müssen wir noch mal nach hause und gucken ob wir ob wir die richtige haben ob wir richtigen ebene ist auf jeden fall einfach mittlere ebene das wäre dann ab 8 ungefähr da würde ich jetzt mal so sagen dann laufen wir noch mal los haben wir noch zeit schwierig wenn wir dann sowieso rangehen dann ist die zeit deswegen habe ich jetzt auch nicht weiter geguckt ob tiere füttern weil die werden dann alle sowieso hunger haben so oder so na los komm schon so kann doch die auch wieder hoch oder nicht was die rutschen die rutschen kommst du nicht wieder hoch du fällst ja praktisch irgendwie das ist ja das problem runter kannst du über die rutschen das ja aber hoch kommst du immer nur etage für etage über die leiter ja das ist das war 2 3 4 5 6 7 8 da gehen wir runter aber ich wüsste nicht dass wir irgendwo mal entscheiden über den sollten wir glaube ich im winter machen das ist glaube ich das problem ok ok das ist hier jetzt nur diese lange gang ok forest lauf oder jump und dann komme ich jetzt über die kleinsteine da komme ich auch näher so na nun komme ich dann jetzt aber jetzt ok wo sind wir jetzt gelandet ach so das waren die wo wir hier runter mussten das war die wir im stream mit mit jada wenn gemacht ich ja gut das ist glaube ich diesen hier den mussten wir glaube ich reingehe von links ja ich glaube den zweiten von links auch menschen so sie gucken wo ich jetzt zweite von links dieser hier ja ja ich glaube ihnen müssen wir runter hier ist schalter gelandet da sind wir gelandet aber es könnte die ebene schon sein auf jeden fall mit spätestens die nächste wir müssen hier unter den gang brauchen wir hier raus also das ist schon die nächste das ist die gleiche ebene ist auf der richtigen ebene denke ich das ja aber wir kommen nicht runter dahin wo wir diesen strangen richtigen gang finden ok links links an ok dann gehe ich in ganz ich weiß es nicht ich habe keine ahnung nicht auch nicht mehr ich weiß nur dass wir hier irgendwas mit diesem hatten auslauf wo kommen wir hin sehr schön das richtige ja das war klar das war erst mal so jetzt sind wir richtig und jetzt müssen wir nach unten links irgendwo schön ich glaube diese kommen noch nicht doch nehmen wir mit damals konnten wir das aber noch nicht deswegen rieterz marmor schön das brauchten wir doch irgendwie naja edel opal zutat für rezepte und zauber ich glaube das ist die richtige ebene das nehmen wir natürlich gleich mit ich denke wir haben ihn gemacht da ist noch nicht gemacht ob man die gäste erst ist es leer steht noch da steht noch das ist bei dir ein du zwang mehr oder das wollen wir mal so meinst so nee der ist verbraucht ja dann müssten die schreine alle fertig sein tatsächlich immer hier noch zwei drei sachen mit damit wir nicht umsonst hier waren aber wenn das damit gemeint war mit dem mittleren schreien dann ist er verbraucht kommt doch ein paar hübsche sachen zusammen dieser balken und das auch ganz geil das haben wir beim letzten mal schon gesehen schon richtig wenn wir schon in der mine sind immer gleich mal ein bisschen was mit das letzte mal ganz gut eisen verbraucht auch ich glaube davon hat mir nicht allzu viel haben es die brücke gebraucht hat mir die brücke gemacht oder das brug gemacht gegeben das müsste die brücke müsste jetzt irgendwann dann fertig sein hatte er gesagt ich weiß gar nicht hat mir das am sonntag abgegeben ich glaube die letzte aufnahme ist fette tage her soll heißen ich weiß noch nicht mal was ich gestern gegessen habe hallo ich bin trotzdem noch ein bisschen was mit ich wollen wir auch noch eigentlich hätten wir von diesem kalkstein gleich ordentlich was mitnehmen müssen wir wollten ja auch noch steinzäune setzen und gehen wir alles wollten weiß oder kam was blaues raus wir sind nämlich ein bisschen was mit zwei steine dann noch und dann werden wir nach hause den werden wir uns jetzt auch noch kümmern aber der europ der heilung das war doch da wo die stadt ist ne der europ der heilung weil und nur nicht war das nicht das ding was mittendrin ist stand in der stadt wo der wo der rote mit war wo ich diese roten da besiegt habe aber jetzt wirst du wahrscheinlich sowieso nicht erst mal wieder um haus und hof kümmern ja das bleibt nicht übrig die tiere sind sowieso erst dann und dann kann man halb sieben sagen und dann ist gut oder halb acht wo du brauch dringend nahrung werden wir doch hin bist du ja bodo kommen wir mit ich schon haben kommen wir mit was auch mit jetzt mal einsam wenn du ist hungrig da 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 zack zack oh jammer ordentlich so ein bisschen was ja der weiß wozu es gut ist entschuldigung mhm so zwei drei ja eins weiß nicht die hühner brauchen glaube ich nicht das nehmen wir mal vorsichtshalber mit drei vier fünf lama wolle können wir immer verkaufen ne genau äh manu du kriegst ein bisschen heu davon haben wir reichlich das würde ich auch tatsächlich machen dass du das öfter wirklich die milch zapfst und auch die 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 wolle holst und so mhm das äh wir brauchen ja geld wenn wir die ordentlichen zauber und so lernen wollen warum sind hier blaubären wahrscheinlich weil du die auf die schnelle ablegen wolltest ich glaube in der letzten aufnahme war das ziemlich oft dass du auf die schnelle was ab so meine damen meine herren und so weiter und so fort also irgendeiner bleibt jetzt hier so ein bisschen auseinander gezogen sehr schön das passt auch perfekt nein das ist verkehrt ich habe gerade die falsche maus in der hand ist auch wieder wahnsinn wenn du ähm sehr schön der hoppelt auch so hast du wer ist was immer ich hatte Hunger ui 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 noch was holen ja aber so langsam werden die Eier auch knapp ne das zum thema wie jahre wenn sagte meinst du nicht ein bisschen auch so man muss die eier sammeln denke mal da sind ja schon wieder von drei tagen meine güte okay wir hatten jetzt muss ich gucken nein ich habe das schwert in hand kannst du nicht zurück geh auf den speicherpunkt zurück hier auf den speichersprung bitte 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 nicht macht das nicht dann müssen wir noch mal anfangen dann müssen wir noch mal nicht noch mal an geht das bleibt jetzt so dass das bleibt jetzt so aber wir können uns wir können uns den gang in die in die minien jetzt ersparen ja ach das ist nicht dieses schwert na also die schlafen und versorgt die tiere und legt dieser schwert aus der hand das schwert habe ich nicht in der hand diesmal ist eine schaufel man nennt es vielleicht schummeln aber das können wir nicht für uns waren für das das können wir nicht für uns verantworten ach bitte tut es hoch in den rucksack bitte ich stand so weit weg und habe mich gerade also wir fangen zwar sie vielleicht noch mal von vorne an wie auch immer den tag aber wir ersparen uns jetzt noch mal die schreien sucherei es ist nicht normal wenn diese woche sind aber wir lassen uns kommen wir lassen uns davon nicht unterkriegen es ist eine traurige woche ganz ehrlich hier ja wir lassen uns kommen nicht ergeben wir geben uns nicht ich gehe mal ran hier und es geht schon wieder los ja das ist das 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 stellen wir wieder hin es ist zum heulen so schränkchen stellen wir wieder hier hin